Guten Morgen und willkommen zur frischen Handelswoche am Montag heute hier, den 4. Oktober. Ja, das letzte Quartal hat begonnen, Oktober, November, Dezember und dann ist auch dieses Jahr, wie heißt es auf Englisch, schön, 2020, war schlecht, 2021 hat gewonnen, 2021, 2021, als Scherz auf der Covid-Seite, ob wirklich am Ende die Märkte sich noch weiter allerdings stark positiv, die Aktienmärkte jedenfalls, bewegen können, bleibt noch einmal ein wenig abzuwarten. Marktbewegungen allerdings erst einmal fallen positiv aus, das stellen wir jedenfalls fest, wenn wir uns die Handelswoche anschauen, die letzte Handelswoche und dort noch einmal einen Blick auf die Märkte werfen und da haben ja nämlich auch der Nasdaq hier und die weiteren Märkte sich erholen können, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag negativ, fallende Preise im Nasdaq, dann am Freitag eine positive Trendwende rund um eine durchaus prägnante Unterstützungszone. Aktuell zieht der Markt leicht abwärts, könnte natürlich allerdings weiterhin hier, weil sie sind auf dem Tageskerzenmarkt hier, sich auch wiederum erhöhen und könnten dafür natürlich sorgen, dass die Märkte durchaus weiterhin auf der oberen Seite hier wiederum erneut davonlaufen. Der Nasdaq also, wie gesagt, verheißt hier vielleicht ein wenig Positives zu zeigen. Der S&P 500 gleichsam sieht auch auf der Ebene hier eine gewisse leichte Preistendenz weiterhin vor, sogar noch stärker zugelegt hier zum Ende der letzten Handelswoche. Allerdings gucken wir uns das Ganze dann mal auf dem langfristigen Chart an. Im Wochenchart sieht es ein bisschen düster aus. Im Monatschart sogar haben wir hier eine relativ große Umkehrformation. Da haben wir hier nämlich so eine einschließende Kerze. Engulfing Candle nennt sich diese. Einen quasi höheren oder gleichsamen Hochpunkt nach oben und einen viel tieferen Tiefpunkt, was dafür sorgen könnte, dass die Märkte vielleicht ein Stück weit mehr Knickbewegung hier sehen. Gleiches hatten wir zuletzt gesehen, als wir hier im Covid-Jahr im letzten Jahr hier Januar, Februar, März gehandelt haben. Da haben sich die Märkte abwärts bewegt. Gleiches ebenso hier gesehen. Das war eine Fehlausbruch, eine entsprechende Bewegung vielleicht. Aber hier aktuell wäre natürlich dann nämlich die Handelsfrage, handeln wir jetzt schon unterhalb der Unterstützungszone? Ich meine ja. Oder ziehen wir wiederum hier in der alten By-the-Dip-Manier wiederum nach oben? Diejenigen, die jedenfalls auf Einstiegsmöglichkeiten setzen und sich auf steigende Preise hier freuen, wäre natürlich aktuell hier auf gutem Niveau unterwegs. Und das sehen wir auch im Dow Jones. Auch der fängt an, so eine wenige leichte Aufwärtsbewegung zu zeigen, nachdem ja auch hier entsprechend die Wochenchartbewegung im Dow Jones eigentlich so durchweg leicht positiver geendet hat. Aber auch da, das leichte Chart wird natürlich eben Monatszahlen. Auch hier sieht es also etwas schwächer aus, wenn wir uns den langfristigen Trend jedenfalls anschauen und würde auch entsprechend dafür sprechen, dass vielleicht der Chart auf der Short-Seite weiteres Abwärtspotenzial zeigt und entsprechend hier weiteres Abwärtspotenzial natürlich im Dow Jones dann wiederum hier andeuten könnte. Also Möglichkeiten haben wir hier und die Möglichkeiten sprechen, wie gesagt, hier zweierlei Sprache. Der Nasdaq vielleicht noch einmal dann rückblickend hier im Wochenchart ebenso ein wenig schwächer sogar bereits unterwegs. Auch da deutet das ganze Bild hier eher darauf hin, dass vielleicht mehr Potenzial auf der Short-Seite zu sehen sein könnte, denn auch der Nasdaq zeigt ja hier jetzt aktuell sogar ein Stück weit mehr fallendes Potenzial als steigendes Potenzial, jedenfalls von einer gewissen Trendwende hier, bei Kehrtwende hier entsprechend gesehen. Die Möglichkeiten, wie gesagt, hier auf der Ebene der positive Markt auf der oberen Seite könnte natürlich ein wenig mehr Preisdruck hier preisgeben. Wir haben es gesehen hier, die Möglichkeiten vor allen Dingen auch hier im relativen Stärkeindikator könnten andeuten, dass natürlich der Markt sich auf der Long-Seite hier bewegen sollte und entsprechend auf der Oberseite natürlich weiterhin ein Stückchen weit vielleicht hier eingedämpft werden könnte. Also das sind die Möglichkeiten, die aktuell vielleicht aus den Aktienmärkten sich ergeben. Dazu sollten wir uns angucken, was wir entsprechend hier von dem Bond-Markt sehen und da stellen wir fest, dass hier also die Bond-Bewegungen ein Stückchen weit schwächer gehandelt werden. Das heißt, die 10-Jährigen ziehen langsam abwärts, die 20-Jährigen im ETF. Wir sehen allerdings vor allem hier den Coupon auf die 10-Jährigen im Märkte oder im 10-Jährigen Anleihenmarkt, Rentenmarkt dort leicht nach oben ziehen. Das heißt, die letzte Handelswoche hatte sich positiv gezeigt, deutet allerdings zunächst hier weiterhin unterhalb oder an der 1,5%-Marke vielleicht darauf hin, dass natürlich der Markt vielleicht auch wiederum nach oben ziehen könnte. Prägnante Zone, Handelsmarkt spricht für mich erst einmal eine deutliche positive Sprache hier. Ob das Ganze allerdings nur temporär zu sein mag hier oder zu sein würde, bleibt mal zu erwarten. Wie gesagt, die Situation in Großbritannien ist vielleicht gar nicht mal so uninteressant aktuell. In dem Zusammenhang ebenso sehen wir, und das sind auch die Nachrichten hier von Bloomberg, warum sich Großbritannien gerade ein Stückchen weit selber isoliert und dann anfällig natürlich sein dürfte, in die Zukunft schaut. Wir sehen aktuell die Situation, Richie Sunak, der Schatzkanzler dort, spricht davon, dass er also die Märkte, nein, die Bevölkerung in dem Fall hier rasch unterstützen möchte und zwar bis zu 500 Millionen Pfund dort, um Menschen in Lohn und Brot zu bringen. Im Detail sind da folgende einzelne Punkte, zum Beispiel ein 3.000 Pfund oder ein 3.000 Pfund Initiative oder Unterstützung für Unternehmen entsprechend dort, also neue Mitarbeiter einstellen zu können. Geht natürlich eher auch um die jüngere Gesellschaft mit sortigen Kickstarter-Programmen, die also entsprechend die Arbeitsmärkte unterstützen soll. Der Punkt und die Frage, die natürlich hier ansteht, nach wie vor, ist definitiv der wichtige Punkt, entsprechend inwiefern diese Krise aktuell Langfristigkeit mitbringt. Das ist genau das, was wir hier entsprechend auch von Boris Johnson gehört haben. Das also sagt, dass wir jetzt gewisse Brexit-Gesetze für Truckdriver, für vor allem Geflügelbauern oder Geflügelarbeiter, Geflügelfarmen, dass man dort also jetzt nicht die Brexit-Gesetze komplett wiederum eindreht, rückgängig macht. Im Gegenteil, man will also weiterhin natürlich dort an der Lage festhalten und schauen, dass man die Situation mit Mordmitteln wieder im Brexit veranstaltet, also entsprechend weiterhin hier, ja, entsprechend ausschöpft. Allerdings der Punkt natürlich, der dann gesamterweise natürlich dann eintreten dürfte, dass entsprechend die Krise aktuell sich vielleicht für eine gewisse Weile verstärken dürfte. Aber mit der Unterstützung natürlich hier von dem lieben Rishi Sunak, ob das zu den gewünschten Ergebnissen führt, dürfte einmal spannend sein hier und spannend werden abzuwarten. Wir können uns das Ganze natürlich ein Stückchen weit vielleicht von außen anschauen, aber die Lage, wie sie sich aktuell präsentiert, deutet nicht unbedingt darauf hin, dass man also hier auf die Führungsebene global gesehen vielleicht zieht, sondern eher versucht hier Löcher zu stopfen, wo sie denn auftreten. Gucken wir uns dort die Märkte an. Und zwar haben wir da natürlich festzustellen ebenso, dass der US-Dollar hier eine gewisse Stärke hat zeigen können in den letzten Handelstagen, respektive natürlich eigentlich schon Wochen wiederum. Hier mal im Pfund ausgehend oder vom Pfundmarkt ausgehend jedoch sich jetzt gerade das Pfund wiederum leicht zurückarbeitet. Und jetzt dürfte sich dann bald entscheiden, wie es hier um die 1,36er Marke weitergeht und ob und wie der Markt sich dann eventuell weiter aufwärts bewegen könnte. Möglichkeiten sehen hier vor, dass wir vielleicht durchaus weitere Preissteigerungen sehen könnten. Das Pfund erst einmal sich also dann bis zur Widerstandslinie nach vorne arbeiten könnte. Dann dürfte sich natürlich hier weiter entscheiden, wie die Marktbewegungen entsprechend weiterlaufen. Das heißt hier an dieser Zone spricht für mich natürlich die Möglichkeit nach wie vor insofern an, dass wir vielleicht hier weitere Möglichkeiten der weiter steigenden Preise sehen könnten. Wie gesagt, hier das 1,5 Prozent, 1,36er Niveau hier oben dürfte als Verkaufsmöglichkeit bei entsprechender Kerze eintreten, zumal natürlich auch hier die Fallende Trendlinie wiederum eintritt. Parallel dazu sieht der Euro insgesamt sogar eher schwächer aus, was ich eher interessant finde. Vor allen Dingen natürlich gerade in der aktuellen Krise oder natürlich vor allen Dingen in der aktuellen Situation, in der sich dann auch Großbritannien verhält. Aber auch hier sehen wir gerade, dass der Euro also zulegen kann, sich ein Stückchen weit hier also behaupten kann. Trotzdem, der Trend natürlich nach wie vor eher schwach bleibt. Und hier sehen wir ganz klar die langfristige Bewegungsebene. Wir haben uns ja vor einigen Wochen, Monaten auch drüber gehalten, ob ich vielleicht den Aufwärtstrend wiederum hier im Euro-Raum oder für den Euro eintreten könnte. Das Ganze allerdings hier erst einmal wiederum natürlich sich in Luft aufgelöst heißt für mich, wir haben hier den gleitenden Durchschnitt, der sich als Widerstandszone dort zeigen dürfte. Wir haben auf der anderen Seite die fallenden Preisbewegungen auch auf dieser Ebene, die wie gesagt hier darauf andeuten könnten oder darauf hindeuten könnten, dass fallende Preise einstehen. Heißt also Möglichkeiten haben wir hier durchaus die eine oder andere, die natürlich darauf hinzeigen könnte, dass vielleicht hier ein wenig mehr Potenzial nach unten auf der Short-Seite im US-Dollar also noch eingedeutet werden könnten. Heißt also Möglichkeiten hier durchaus, wo wir uns hinschauen oder wo wir hinschauen, gucken wir parallel dazu in Austral-Dollar und da haben wir ja noch in dieser Woche, die sowieso im Übrigen ja hier durchaus breit gefächert sein dürfte. Wir haben eine Leitzinsentscheidung natürlich hier am Dienstag bereits in Australien, also früh am Dienstag, das ist ja bereits schon morgen. Dann haben wir noch Leitzinsentscheidung am Mittwoch ebenso in Neuseeland und dann haben wir als wichtiges Highlight natürlich am Freitag in dieser Woche die Non-Farm-Payrolls, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die ja durchaus positiv hier in der Erwartung präsentiert wird. Ob die Märkte allerdings und ob die Marktbewegungen hier sich so positiv dann entsprechend auch zeigen, wie es hier ansteht, bleibt mal abzuwarten. Aber wie gesagt, hier die Möglichkeiten, die wir natürlich hier sehen könnten und vor allem auch die Handelsmöglichkeiten, egal ob ich Handelsrichtung am Freitag dürften wir natürlich hier durchaus spannende Webinar finden und entsprechend freuen wir uns natürlich, wenn Sie dazukommen. Der Aussie allerdings, und darum geht es gerade, zieht hier eher ein Stückchen weiter nach vorne. Das heißt, die Unterstützungszone hier, die imaginäre Unterstützungszone insofern, insofern jedenfalls hier, die wir hier gerade so sehen können, könnte andeuten, dass eine gewisse leichte Preissteigerung hier gesehen werden könnte. Aber auch das hier im Monatschart deutet eher vielleicht noch weiter fallende Preise hin. Das heißt, langfristig gesehen deutet der Aussie immer noch auf eine gewisse oder könnte auch eine Schwächephase hinzusteuern, wenn, wie gesagt, der US-Dollar hier weiterhin nach vorne prescht. Und das wäre natürlich genau der Punkt hier im Austral-Dollar in Richtung der Aktienmärkte. Zieht also der Aussie vielleicht wiederum langsam nach unten oder und, deutet das uns vielleicht hier auch quasi als kleines Vorzeichen hin auf eine weitere Schwächephase in den Aktienmärkten, wäre natürlich die Frage insgesamt hier. Erst einmal stehen die Zeichen im Aussie etwas auf grün. Auch hier die Trendlinie, wie gesagt, nach oben hin durchbrochen oder angetestet, zeigt für mich jedenfalls durchaus hier weiteres Potenzial vielleicht einer leichten Besserung der aktuellen Lage und vor allem auch einer leichten Besserung vielleicht hier insgesamt aktuell an den Aktienmärkten mit möglichen, jedenfalls mit möglichen positiven Bewegungen auf der Oberseite. Gucken wir uns weiter um. Sehen wir uns nochmal hier dann den Dollar an gegenüber dem japanischen Yen. So stellen wir fest, dass der Euro und wie gesagt das Pfund sich auch leicht wiederum hier erholen. Der US-Dollar also eine leichte Schwäche mitmacht. Das sehen wir gerade auch hier. Jetzt allerdings auch der Yen wiederum ein wenig schwächelt. Das heißt, Dollar-Yen kann weiter nach oben schieben. Insgesamt hier spannend vielleicht aber auch die weitere Widerstandszone, die sich gerade hier präsentiert und zwar genau diese, die wir hier durchbrochen haben. Das heißt, diese Zone hier auf der Long-Seite und zwar diese Widerstandsebene, die wir hier feststellen, diesen doppelten Widerstandsbereich, der sich hier andeutet, der natürlich hier anzeigen könnte, dass vielleicht etwas Potenzial auf der Short-Seite hier zu sehen sein könnte. Denn die Möglichkeiten natürlich hier aktuell, der Wochenchart läuft leicht nach oben, Montag etwas aufwärts, Dienstag mit Donnerstag etwas schwächer, dürfte natürlich interessant sein und vielleicht natürlich hier auf der Short-Seite auch für die eine oder andere Short-Möglichkeit sprechen. Ich wäre hier eher auf der Long-Seite unterwegs und zwar basierend natürlich auf dem ganz klar langfristigen Chart, deutet mir hier immer noch der Markt an, dass eher so ein sich weit anbahnender Aufwärtsdruck hier bereit machen könnte. Das heißt, diese Zone hier, diese Seitwärtszone mit Druck nach oben könnte dafür sprechen, dass vielleicht natürlich hier das Aufwärtsband hier weiterläuft und entsprechend, wie gesagt, hier die Aufwärtsbewegung weiterhin anlaufen könnte. Heißt also Dollar-Yen auf der Oberseite, er spricht für mich vielleicht eher dafür, dass hier also die Möglichkeit bestehen könnte, dass entsprechend, wie gesagt, der Markt vielleicht langfristig nach oben läuft. Yen-Schwäche, wir sehen es hier auch im Pfund, Pfunde-Yen zieht, wie gesagt, von der Unterstützungszone ausgehend hier nach oben. Das sieht also auch positiv aus und gucken uns den Euro an, so sehen wir, dass dieser auch leicht nach oben zieht. Ob das jetzt hier weiter in den nächsten Tagen so weitergehen wird, bleibt mal abzuwarten, aber erst einmal die ersten Trendbewegungen hier zeigen, wo wir jedenfalls, dass der Yen weitere Schwäche hier mittlerweile anzeigt. Zu den Edelmetallen sehen wir gerade, dass hier die Märkte sich auch ein wenig positiv hier haben, zeigen können. Das heißt, der Goldpreis hält sich auf einer Unterstützungszone, die wir hier unten sehen können. Genau diese Ebene hier, die wir schon seit langfristiger Zeit natürlich hier sehen. Eine breit gefächerte Zone, und zwar um die 17,30, 17,35er Marke, deutet der Markt, wie gesagt, hier durchaus Positives ein, oder deutlich Positives an, aber die Zone hier mit dem Pinbar der letzten Woche, also Trendshort im Gold, und dann gab es am Donnerstag und Freitag diese Erholung, hat natürlich dann die Woche entsprechend hier weiterhin nach oben gerüttelt, mit einem, oder ausgehend von einem eher schwächeren US-Dollar, geht es hier also eventuell weiterhin positiv nach vorne, wenn wir uns den Goldmarkt anschauen. Die Frage jetzt ebenso, halten wir uns hier um den 17,50er Bereich, und dann könnte sich die Lage weiterhin hier verbessern, und Gold weiterhin zulegen, wie das gleiche Thema auch hier dann also, Montag leicht schlechter, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag dann leicht besser, wäre also, wie gesagt, hier möglich, dass der Markt sich weiterhin nach oben bewegt, und entsprechend weiterhin hier ein Aufwärtspotenzial zeigen könnte, und entsprechend dann die Oberseite hier weiterhin antesten könnte. Möglichkeiten, also, die wir hier im Goldpreis sehen, der vielleicht eher ein wenig positiver dasteht, als der Silbermarkt noch. Silber fängt schon wieder an, eher ein wenig hier abwärts zu zeigen, denn auch Silber sieht eher durchaus positiv aus, nicht ganz so positiv auf Wochenchartebene, und vor allen Dingen auf dem Monatschart sieht es mir eher so aus, als würde der Markt sich hier weiter abwärts bewegen, denn auch hier könnte natürlich dann, sollte er dann eintreten, der stärkere Dollar weiterhin die Märkte nach unten ziehen. In dem Zusammenhang sollten wir uns einmal kurz noch den Dollarindex anschauen, denn der zieht auch wiederum langfristig gesehen nach oben, das heißt, wir haben hier gesehen, dass der letzte Handelsmonat, der September also positiv hatte, sich zeigen können, das heißt, auch die Handelswoche am Ende deutete eine gewisse, ja, mögliche Ausbruchsformation hier an, im Dollarindex heißt also, hier der Markt könnte weiter nach oben ziehen, 95er Ebene quasi schon in greifbarer Nähe, heißt also hier, Dollarindex zieht eventuell weiter nach oben, uns zeigt natürlich dann hier weiterhin eine Dollar, einen stärkeren Dollar, stärkere Dollar könnte natürlich dann auch ebenso die Metalle, insbesondere natürlich den Silbermarkt, hier auf der Short-Seite weiterhin bewegen, und entsprechend hier für weiterhin fallende Preise sorgen. So, Schahab, Euro-Yen, habe ich schon angeschaut, genau, also, Gruß kam noch vom Robert, Franz fragt, Guten Morgen, wie sieht es aus mit dem Dollar-Cut? Ich bin hier auf Long, das wäre nämlich noch mein letztes Thema für den heutigen Tage. Dollar-Cut sieht schwach aus, und zwar weiterhin aufgrund eines steigenden Ölmarktes, das heißt, wir sehen zwar den Markt hier auf einer leichten Unterstützungsebene, zwar sehen wir natürlich hier diese Unterstützungsebene, die hier mehrfach im Markt, quasi wie es auch in den Aktienmärkten, als bei der Dip die Märkte hat stützen können, das könnte auch im jetzigen Zeitpunkt natürlich, zum jetzigen Zeitpunkt auch noch dazu führen, dass der Markt hier weiterhin hält, allerdings sieht es für mich eher schwächer aus, der Trend ist so ein bisschen auf der Short-Seite hier für mich, der Wochenchart ebenso schwach unterwegs, das heißt, ich würde jetzt hier nicht zur Kaufseite greifen, im Gegenteil, ich würde den Markt hier eher verkaufen wollen, schon gerade, weil die letzte Handelswoche ebenso sich hier einmal durch diese, durch diese Widerstandszone halt drücken wollen, und jetzt nach unten zeigt, das heißt, langfristig gesehen heißt für mich das Ganze hier eher nach, oder sieht das Ganze hier eher nach schwacher Marktbewegung aus, der kanadische Dollar dürfte zudem die Oberhand hier vielleicht behalten, gegenüber dem US-Dollar, denn der Ölmarkt sieht positiv aus, und das wäre auch mal eine neue Handelsmöglichkeit, hier eine Handelsidee, die ich gerade hier im Markt insofern, in dieser Woche gerade sehe als erstes, wir hatten die letzte Woche ja nur Gewinn-Trades, kommt ja auch manchmal vor, dass wir entsprechend richtig gelegen haben, von daher halten wir uns hier ein Stückchen weit vielleicht zum einen zurück, zum anderen allerdings sieht der Ölmarkt durchaus positiv aus, der Ausbruch auf der Oberseite spricht jedenfalls hier durchaus dafür, dass wir weiteres Potenzial hier sehen könnten, und entsprechend natürlich diese Widerstandszone, die wir ja schon angesprochen haben, mehrfacher brechen könnten, und damit natürlich dann auch hier mit weiterem Long-Potenzial hier rechnen würden, genau das, was ich erwartet habe, leichter Rücksetzer vielleicht hier, ob das jetzt schon alles gewesen ist für diese Woche, bleibt mal abzuwarten, aber die Tendenz natürlich und vor allen Dingen auch die Nachfrageseite im Öl, spricht hier vielleicht dafür, dass der Markt sich weiter positiv bewegt, ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass ein Ausbruch weiterhin besteht, und das dann natürlich hier für einen weiter stärkeren kanadischen Dollar führen dürfte, also Öl positiv, kanadischer Dollar positiv heißt Dollar Cut, dann also schwächer wäre mal eine Variante. Genau, das sind jetzt die Punkte zum Handelsstarten dieser Woche, ich glaube die anderen Nachrichten haben wir uns angeschaut, genau spannend, vielleicht auch nochmal, das ist auch ein großes Thema hier auf der Tagesschau, das was wir ja vor längerer Zeit schon mitbekommen haben, und zwar hier aus den Panama Papers, jetzt gibt es die Pandora Papers, die großen Verstrickungen der großen vielen Reichen, die ihr Geld im Ausland verstecken, vielleicht einfach gleich direkt ins Steuerparadies zu ziehen, da bietet sich zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung jedenfalls Singapur an, dort hat das Steueraufkommen insgesamt ein Stück weit geringer, um dann entsprechend solchen Problemen vorzubeugen, das war jedenfalls nicht mein Plan, ist aber natürlich aus der damaligen Zeit, als ich noch angestellt war, einfach dann so gewachsen und hat bisweilen auch viel Spaß gemacht für mich, was jedenfalls meine berufliche Vergangenheit und vor allem jetzt auch dann weiterhin Zukunft anbelangte, aber in dem Zusammenhang hier Geld und Kapital global hier hin und her zu verschieben, naja, das eben, also das, was man jetzt natürlich hier dann zum Glück endlich auch rausfindet und schaut, wie es hier weitergeht, also da dürfte noch einiges mehr passieren, ob es am Ende zu großen Verwerfungen, Verstrickungen dann führen wird, die jetzt hier gerade zu Tage treten, bleibt mal abzuwarten, ich vermute einmal vielleicht nicht unbedingt, aber hoffe natürlich auch dringend, dass die Wahrheit in diesem Zusammenhang weiterhin ans Licht kommt. In diesem Sinne, lassen Sie sich nicht unterkriegen, alles Gute, viel Erfolg weiterhin in den Märkten, bis bald, ciao, ciao.